Der Marquis hat dich gut ausgewählt. Jetzt zeig mal, wie gut du wirklich bist, Baumläufer. Jerry, verteidige dich. Der Marquis hat dich gut ausgewählt. 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 wood to sehen, das habe ich gut ausgewählt. Konzentrier dich, Jerry. Lange wirst du Zaroks Angriffen nicht standhalten können. Konzentrier dich, Jerry. Lange wirst du Zaroks Angriffen nicht standhalten können. Zeit. Versuche sie. Ok. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du hast mir alles genommen. Dafür werde ich dich. Nein! Du, du bist es. Du hast es geschafft, Jerry. Zarov hat seine Magie gegen dich eingesetzt und verloren. Aber das wollte ich nicht. Nicht so. Marquis, sind sie... Er ist noch zu schwach. Er kann dir nicht antworten. Wer... Wer ist der Junge? Wo kommt er her? Der Baum. Er erinnert sich. Er erinnert sich an den Lehrer und an den Schüler, die einst diesen Ort besucht haben. Zarov hat Böses getan. Deshalb kann er dem Kind, das er einst war, nicht in die Augen sehen. Doch wer von uns kann das schon? Wer ist er? Was bedeutet das alles? Der große Zarov. Einer der größten Illusionisten seiner Zeit. Du hast vielleicht von ihm gehört. Nicht viele erinnern sich an ihn. In Wirklichkeit war er kein einfacher Illusionist. Er war einer von uns. Ein Magier. Zarov war der letzte Schüler des Marquis de Hotho. Als das Kaninchen ihn ausbildete, war er ein Junge. Nicht viel älter als du. Zum Abschluss seiner Ausbildung besuchten der Junge Zarov und sein Lehrer die Lichtung des ersten Baumes. Und sie hinterließen Sput. Der Baum würde sich an sie erinnern. Bald wurden der Marquis und Zarov zu einer Legende. Als sie von Welt zu Welt eilten, von Portal zu Portal. Und dort halfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Sie waren wahre Baumläufer. Doch ihr Weg führte sie an einen Ort, an dem sich Dunkelheit in ihren Seelen verfing. Ich war dabei, als der Schattenspiegel ihnen ihr Potenzial offenbarte. Sie erblickten ihre hellsten Tugenden und sahen in die schwärzesten Abgründe ihrer selbst. Und nur wenige können diese Wahrheit ertragen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die dunkle Saat in ihnen keimen würde. Und als sie es tat, begann zuerst der Marquis an den Idealen der Baumläufer zu zweifeln. Dann zweifelte der Schüler am Lehrer. Und schließlich gerieten die beiden im Hass aneinander. In blindem Zorn verbannte der Marquis seinen Schüler in die Welt, aus der er einst gekommen war. Er nahm ihm die Fähigkeit des Weltenwanderns, auf das ihm jedes Portal verschlossen bleiben sollte. Zaroff wurde zu einem Gefangenen in seiner eigenen Welt. Einer Welt, die nur auf ihren Bühnen Platz für Magie hatte. So wurde er zum großen Zaroff, dem Illusionisten. Doch der Zauber des Neuen, mit dem er das Publikum fesselte, war schnell verflogen. Und Zaroff fiel ein zweites Mal. Gestrandet. Vergessen. In seiner Verzweiflung begann er, an den Türen seiner Realität zu rütteln. Alchemie, verbotene Experimente, sollten ihm die Wege in die Portalwelten erneut öffnen. Und mit jedem gescheiterten Experiment wuchs sein Hass auf seinen Lehrer und das Publikum, dessen Gunst er verloren hatte. Als Zaroff nur noch von Zorn und Rache angetrieben wurde, antwortete etwas auf sein Rütteln und Klopfen. Konsortium Squamata. Die Echsen. Das Konsortium ist mit seinen falschen Versprechungen schon durch viele Welten gezogen. Versprechungen, wieder das Gleichgewicht der Natur. Vier des Konsortiums traten an Zaroff heran. Sie boten dem Magier einen Handel an. Die Echsen hatten sich die Fähigkeit des Weltenwanderns erschlichen. Doch kannten sie nicht den Weg zu den geheimsten Orten. Zaroff hingegen hatte die Wege der Baumläufer memoriert. Die Portale. Den Weg zur Lichtung des ersten Baumes. So führte er die Echsen durch die Portale. Jeder Schritt ein Verrat an dem Baumläufer, der er einst gewesen war. Und im Tausch gaben sie ihm die Macht, einen Bann über einen der ersten Bäume zu verhängen. Vier Nägel übergaben die Echsen an Zaroff. Vier Nägel aus vier verfluchten Metallen, um den Bann des Magiers tief in den Stamm des ersten Baumes zu treiben. Wo er wirken würde, um die Bewohner der Portalwelten zu seinem letzten Publikum zu machen. Um sich Respekt und Ruhm zu erzwingen. Zaroffs letzter großer Triumph. Und die Portalwelten wurden, während sie unter dem Bann des Zaroffs standen, von den Echsen heimgesucht, die diese es schon oft getan hatten. Nur einer hätte helfen können. Doch Zaroffs Lehrmeister, der Marquis de Hotho, war selbst noch weiter in die Dunkelheit geraten, die ihm der Schattenspiegel gezeigt hatte. Der Kalte. Immer bereit, uns erfrieren zu lassen. Der gute Baumläufer, der Zaroff ausgebildet hatte. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, ihm nochmal zu begegnen. Doch als Zaroff die Lichtung betrat, erinnerte sich der erste Baum an die Magier. Als er die Gefahr erkannte, die von dem Schüler ausging, entsandte der erste Baum die Erinnerung an den Lehrer. Die Erinnerung an den Marquis de Hotho, geprägt lange vor dessen eigenem Fall, verließ die Lichtung des ersten Baumes und vergaß, dass er nur Erinnerung war. Und er war wieder einer wie keiner. Ein wahrer Baumläufer. Er zog aus, um einen Schüler zu finden. Jemanden, der Zaroff aufhalten konnte. Er folgte deinem Ruf. Die Wurzeln des ersten Baumes reichen bis in unsere Träume. Der Marquis fand dich, Jerry. Weil du einen Traum hattest. Was passiert jetzt mit Zaroff? Dieser Ort könnte seine einzige Rettung sein. Er wird im Schatten des ersten Baumes bleiben. Der Marquis. Der erste Baum. Sie hatten Recht. Du bist über dich hinausgewachsen. So gelangtest du schließlich hierher und hast Zaroff die Stirn geboten. Der Marquis machte dich zu einem echten Baumläufer. Doch du wurdest gezwungen, einen hohen Preis zu zahlen. Als der Marquis von einer Idee zur Realität wurde, als er deine Welt betrat, musste etwas anderes gehen. Dein Vater, wie in einer Drehtür kam der Marquis ins Leben und dein Vater geriet in den Spalt zwischen den Welten und wurde vergessen. Doch sorge dich nicht. Du hast uns alle gerettet. Und schon bald ist es an uns, dir zu helfen. Ein Bekannter von mir sagte einmal, nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Und so kam es, dass Jerry sein Lehrmeister auf der Lichtung des ersten Baumes zurücklassen musste. Jerry wusste, dass dieser nicht nur eine Erinnerung an einen mutigen und einzigartigen Baumläufer gewesen war. Nicht nur der erste Baum von Mauswald, der Jerrys Hilfe brauchte, sondern ein Freund. Und ein letztes Mal erhob der Marquis die Hand zum Gruß. Ich werde dich nicht vergessen, sagte Jeremias Haselnuss. Und ich, ich werde dich nicht vergessen, klang es aus den Schatten am Fuße des Baumes. Und der Junge wusste, der Marquis, der Baum, er würde sich an ihn erinnern. Als Jerry in Gedanken versunken nach Mauswald zurückkehrte, klang Musik durch die Straßen. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit war ein Schüler nach Mauswald gekommen, um die Kunst der Künste zu studieren. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde das Wipfelfest, das Fest der Freundschaft und des Mutes, zu Ehren eines Schülers ausgerichtet, der seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Zu Ehren des Baumläufers. Jeremias Haselnuss, des Kaninchens Zauberlehrling. Na, ist das nicht ein schicker Tisch? Den haben wir gestern schnell zusammengezimmert. Echt schick, Jungs. Hat auch echt Spaß gemacht. Ja, gewissenhafte Arbeit macht Spaß. Du. Heute gar nicht im Dienst? Nein, Penny ist jetzt Krähenspäher. Er darf nicht mehr an die Kanone, seit er vor ein paar Nächten Glühnüsse auf die Stadt geschossen hat. Ich wusste ja, dass mit dem was nicht stimmt. Der arme Penny. Ich liebe das Wipfelfest. Ich komme jedes Jahr. Ich habe so eine magische Vorrang, dass du nicht der letzte Schüler bist, den die Mauswalder wieder so feiern werden. Hallo. Du. Die Portale haben sich erholt. Du kannst wieder nach Hause, Jeremias. Bist du bereit? Ich will noch ein Weilchen bleiben. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Herr Spitzweg, was machen Sie denn hier? Ich habe gehört, dass das Wipfelfest dir zu Ehren schon früher stattfindet. Da habe ich mich natürlich gleich auf den Rückweg gemacht. Du musst mir unbedingt erzählen, was du erlebt hast. Sieh mir aber auch. Komm bald bei mir vorbei. Ich habe leckeren Tee aus Seetang von der Küste mitgebracht. Das Wipfelfest findet dieses Jahr zwar ungewöhnlich früh statt, aber... Uh, uh. Manchmal ist es wirklich gut, alte Traditionen wieder aufleben zu lassen. So viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das freut mich. Ist das nicht ein tolles Fest? Ach, da vergisst man fast alle seine Sorgen. Ich habe gehört, dass du uns bald verlassen musst. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder besuchen. Klar, ich wohne ja praktisch um die Ecke. Wirklich? Wie weit ist das mit dem Fahrrad? Nur eine Portalwelt weiter. Oh, dann musst du uns bald mal dein Zuhause zeigen. Ich hoffe, dir schmecken die Napfkuchen auch? Ach, ich mach's mir nicht so viel aus Süßem. Ist auch nicht gut für die Zähne. Leckere Möhren dagegen. Hm, nam, 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 nam. Könnte ich mich reinsetzen. Irgendwie überrascht mich das nicht. Dann bestell bei Anja das nächste Mal doch einfach einen Karottenkuchen. Also das, also das findest du wohl lustig? Äh. Endlich tanzen! Oh ja! Oh, hey! Ha, 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 ha! Hast du zufällig meinen Sohn gesehen? Er hat mir einen Brief geschrieben, dass er sich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen will. Ich hasse es nicht. Ich hab's ja gesagt. Er ist der geborene Komiker. Der sitzt bestimmt hinter irgendeinem Pilz und denkt sich neues Material für unsere Show aus. Hey, ist es wahr, dass du den Fuchs gesehen hast? Ja, wir sind sogar befreundet. Wie cool! Viel cooler als meine dumme Violine. Da trinken sie wieder alle unseren Blausaft. Typisch. Pah. Die haben Geschmack. Was würden die nur ohne uns Waldzwerge machen? Da ist ja unser Baumläufer. Ich hoffe, du stehst uns bald für ein Interview zur Verfügung. Dann kannst du uns ganz genau erzählen, wie du die Echsen gezähmt, die Krähe vertrieben und den bösen Magier besiegt hast. Gerne, aber... Nur keine falsche Bescheidenheit. Du gehörst ins Radio. Hey, du Jungspund. Denk dran. Nur weil du mit der Lehre durch bist, macht dich das noch lange nicht zu einem Meister. Du Grünschnabe. Alter und Erfahrung sind das stabilste Fundament, das es gibt. Merk dir das. Und jetzt wird gefeiert. Auch die Taschen. Das ist meine Freundin nicht super. Ich wünschte, ich könnte auch so tanzen. Aber ich sehe doch auch schick aus, oder? Hallo, du. Die Portale haben sich erholt. Du kannst wieder nach Hause. Bist du, Bernd? Ja, ich möchte nach Hause. Ich werde dich begleiten. Mein Vater, meine Mutter, werden sie wieder da sein? Das sind sie schon. Jerry, wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Papa wollte schon den ganzen Brombeerkuchen allein aufessen. Ich hatte Hunger. Ich fühle mich, als wäre ich ewig auf den Beinen gewesen. Und mehr konnte Jerry in diesem Moment nicht sagen. Das Fuchsmädchen behauptet noch immer, er habe geweint. Das ist überhaupt nicht wahr. So kehrte Jeremias Haselnuss nach Hause zurück. Und so endet unsere Geschichte. Doch mit einem Ende beginnen andere Geschichten. Sie sind wie Wellen im Meer, ständig in Bewegung, gehen ineinander auf und über. Einige Geschichten erzählen von großen Problemen, die wir anderen machen und die auch mit Mut fast unlösbar sind. Ganz besonders, wenn man eine kleine Maus ist. Aber vielleicht hilft ihr ja jemand. Und dann gibt es noch unheimliche Geschichten. Verbotene und geheime, die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ist euch plötzlich auch so kalt? Wer, wer war der Junge? Der Schüler meines Freundes. Danke, dass du ihm geholfen hast. Er hat Zarovs Bann gebrochen. Ich habe Zarov unterschätzt. Und diesen Jungen. Wirst du mich endlich aus diesem Gefängnis befreien, damit ich die Portalwelten wieder schützen kann. So etwas darf nie wieder geschehen. Du weißt, dass das unmöglich ist, alter Freund. Nichts ist unmöglich. Betanawiaise. Nie wieder. Wir haben jetzt also den Geismanfakt. � Dia红br�. Vielen Dank.